Hallo, mein Name ist Bülentüttünsch. Ich komme aus Österreich, von Wien. Die Empfehlung war von der Frau Sevgi Yücel. Sie hat mir Hospitadent vorgeschlagen gehabt. Ich bin hergekommen, war 14 Tage da und war sehr zufrieden in dem Sinne. Keine Schmerzen, super Team, super Personal, schönes Aufbau, super Technik. Die Zähne sind wunderschön geworden. Dankeschön. Vielen Dank für's Zuschauen.